Damit herzlich willkommen zurück in Gangmonkeys. Mit mir dabei ist der nette Dominik. Diese verdammte Karte mit den Segen, das ist doch nicht nett. Wieso regnet es? Wieso habe ich eine Maus im Bildschirm? Und wie springe ich nochmal? Ich habe... Ja, jetzt hast du... Ich bin noch ein bisschen angewaged. Diese Folge wird bald kommen von Minecraft. Und ihr werdet dann verstehen, wieso. Geh doch einfach weg, du kacken Kind. Lass mich doch einfach hin. La la la, das ist so wunderbar. Klar, Punkt. Punkt, lieg erstmal genau neben meinem Spawn. Oh, mit Zeitlupe. Oh. Und du warst gar nicht mehr da am Leben, voll. Alter, diese Runde ist gleich schon vorbei. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Du Arsch. Das musst du gerade sagen. Wieso? Ja klar. Wieso bin ich in die Luft geflogen? Also, nein, wir wollen das wieder. Ich bin wieder ganz happy. Ging schnell. Du hast gewonnen. Okay. Oh, jo, earnings. Jetzt habe ich schon 2000 auf de back. Und du musst harzen gehen. Meine Minuszahlen sind... ...legendär, minus 45. We match. Oh, ja, stell mir minus eine Million vor, kriegst nie mehr Geld eigentlich. Nein, du kannst gar nicht ins Minus. Zeig dir nur ein und danach hast du wieder null. Ja klar. Null. Ihr ganzen Scheißpunkte, fallt doch unten in die Mine rein. Logisch. Wieso auch nicht? Ja, du hast natürlich schon wieder drei, vier, fünf, sechs, zehntausend... ...punkte. ...dadadadadadam! Lass mich in die Luft! Hey, ich war pengen! Nein, wieso? Alter, was für eine Scheißwaffe. Scheißwaffe? Alter, alter! Jetzt muss man ein bisschen hier... ...leertaste wagen. Leertaste penetrieren. Alter, guck mal, auf meinen Spawn kommt man voll schlecht drauf. Weil die Leiter nicht mehr drauf gehen. Wieso liegt denn die Mine an meinem Spawn? Juhu, wahrscheinlich! Schnell nach Hause! Ich hab ja nur die Sniper, ne? Die ist ja nur so schlecht, die anscheinend irgendwie. Nein, nein! Eine Druckwelle! Alter! Bitch! What is on the time? Ja, klar! Klau dir alle meine Punkte! Von meiner Base! Jetzt spawnen doch wieder! Ich bleib' mir jetzt einfach hier oben stehen und halt die ganze Zeit schön drauf. So, ja, klar! Alter, lass mich... Lass mich doch einmal wenigstens was abprägen. Sonst ist die Runde doch gleich wieder vorbei. Willst du doch nicht, ne? Ja, fall schneller! Scheiße, Erderziehungskraft wird zu langsam. Timescale! Und was heißt das? Bäm, 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 bäm! In der Luft! Zehn, zwei, acht, sieben, sechs... Also komm, das ist schon viel noch! Vier, drei, zwei, eins, null! Yes! Doch noch geschafft! Oh, schönes Zümchen 2500 auf der Bank! Schlecht! Schlecht! Boah, das ist doch... Das ist doch nicht mehr feierlich, Alter! Gerade in Minecraft... Für mich schon! ...in Gunmonkeys, du... Spielst du auch mit einer... ...mit einer Hand bloß? Hä, wie das denn? Ja, äh... W-A-S-D-E-E- Schießen! Ja, und Leertasse? Ja, das mag ich auch mit... ...nem Daumen! Na, na, ich will's nur haben! Ich will's nur haben! Wow! Da klettert der Affe einfach mal hoch, ne? Und wird dann natürlich zerlebelt. Lalalala! Was ist denn hier los? Wieso hab ich dich da nicht bekommen? Wow! Da war eine Säge! Alter! Wow! Was ist das denn? Eine Dubstep Gun! Dubstep Gun, genau! Spielen wir jetzt Saints Row, oder was? Ja! Achso! In dem Spiel ist die Dubstep Gun geil, das musst du zugeben! Ich kenn sie nicht! Warum sagst du dann Saints Row? Ich weiß es vom Hören! Guck mal, bei mir sind aber auch voll viele Segen, ey! Unterwegs! Haha! Aber warum hab ich... Keine Waffe, egal! No Arms! Hab ich ange... Uhhh! S- Gah! Voll brutal, wie er dann so rumfliegt! Boah, die ist aber auch gerade angegangen, als ich da durch wollte! Boah, er... Boah, er hat die nix getan! Klar! Geh genau an, wenn ich da hoch will! Geh genau dann an! Hallo! Alles klar! Dieses Spiel könnt ihr natürlich auch kostenlos downloaden! Es ist doch nicht kostenlos! Es ist doch nicht kostenlos! Nicht? Nein! Stimmt, ich hab's immer noch geschenkt bekommen! Du hast nur du kostenlos bekommen! Ich, weil ich, äh, Pro bin! Oh, bist du schlecht! Oh, bist du schlecht! So schlecht! Da hat schon wieder Anna gewonnen! Oh, 3000! Ist das nicht schön! So viel Geld! Also, auf meinem Shady gibt's ganz tolle Sachen zu sehen! Wie ich verliere! Wie ihr Gunmonkeys auf keinen Fall spielen solltet! So macht man sie nicht anders! So spielt man nicht! Und wenn ihr genau das Gegenteil macht, was ich gerade mache, dann habt ihr super Chancen zu gewinnen! Abo, gebt mir ein Like dafür! Für dieses super Spiel! Gefühl! Das ist einfach wunderbar! Niemand hätte gedacht, wie geil man doch hier verlieren kann! Geil ist das Spiel! Ja, voll geil! Und ich zeige euch, wie man wirklich verliert! Und auch mit Anstand verliert! Nicht so, äh, ich hab verloren! Sondern, geil! Ich habe verloren! Und ich stehe dazu! Ja, sowas gibt's nur bei mir live! What the fuck, was ist das da? Lol! Bah! Nee! Ich versuche mich hier auch anzustrengen, aber irgendwie... Dauert das Respawn ewig! Und in der Zeit bist du schon tausendmal zu deinem Spawn gelaufen! Irgendwie... Und irgendwie sehe ich hier überhaupt keine Bunker! Die liegen nur bei dir hinten rum! Und auch die Waffen! Was war denn da? Schon wie ein Wiener! Genau auf dem blauen Punkt, ey! Wenn die genau da drauflegen, ist das voll wie es, weil man dann die Miener tut er nicht mehr sieht. Klar, komm noch ein Punkt! Genau, Spawn ihn auf der Mütze! Spawn ihn doch gleich ins Spawn! Da muss er nicht mehr laufen! Ja, aber ich kann mal Krüppelbälle, ich darf nicht laufen, ne? Na, der schaffte mir auch noch! Rrrrrr! 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 Rrrr! Wer hat das... Aber wer hatte die? Ich hatte sie, aber es dann gleich gezündet gegen die Wand! Hallo! 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 Boah, ich glaub, du hast noch Gewinnchancen, oder? Ja, sehr gute sogar! Alter, lass mich, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Nein! Jetzt komm ich auch noch! Robert, du bist depressiv! Nein, ich werd nicht depressiv! Ich werd wahnsinnig! Wahnsinnig! Lass mich in meins wohnen! Ich bin wahnsinnig! Wahnsinnig! Haha, witzig! Loll! Und das ist ein ganz, ganz sehr blutiges Spiel! Aber nur mit Affen! Äffchen! Ein Affenspiel für die Äffchen! Ein affiges Spiel! Nein! Ich... Ich rette mich gerade immer noch so... Ja! 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 Wo? Unfair! Unfair! Schlecht! 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 Guck mal, komm mal aus deinem Spawn raus! Ich komm gar nicht so weit bis zu mir rüber, aber egal! Total komisch! Ja, hier liegen ja nur so drei hier rum, ne? Boah, Alter, wie sie liegt da nicht hier an mir, ne? Und wie sie liegen bei dir wieder die drei! Du bist jetzt einer von den dreißen... Drei! Ja, ich bin total motiviert! Nein, 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 nein! Okay, ich check die nicht! Ich check die nicht! Okay, das war's! Das war geil! Ich check die nicht! Du kannst die doch einfach ganz in die... Ich hab die so oft, ne? Weil ich extra so ein Item hab, das... Ich hab die so oft, aber... Ich hätte die eigentlich auch ziemlich oft... Eigentlich... Da! Da ist eine! Lass mich das mal kurz holen! Nein, lass mich das holen! Selbst... Selbst eine gute Waffe lässt er mir nicht... Und hör auf zu regnen! Das macht dann doch noch aggressiver! Hör auf zu regnen! Und hör auf, ne Rednerische zu haben! Los, Robert! Rett dich, wenn du's nur schaffst! Ich rette mich! Ich rette mich! Ich rette mich sogar sehr gut! Nein, das ist meine! Das ist... Meine? So kann man's machen, muss man aber natürlich nicht! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Gunmangies! Ein superlustiges Spiel! Woho! Wo ich der Beste bin! Aber du in... Pam! Du in Pam! Ich in Pam! Okay, komm! Komm, Rematch! Ja, aber erst in der nächsten Folge! Bis dahin! Ciao, ciao!